Hallo! In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Jump'n'Run-Spiel in Scratch so erweiterst, dass die Spielfigur, in meinem Fall ist es das Huhn, einen Sprung macht, wenn dir der Taste gedrückt wird und anschließend auch wieder Richtung Boden fällt. Bist du bereit? Na dann, fangen wir an! Zunächst einmal sorge ich etwas für Ordnung und Übersicht. Hierzu versehe ich die Skriptstränge, die ich bisher erstellt habe, mit einem Kommentar. Durch Rechtsklick auf den Skriptstrang kann ich hier eine Textnotiz machen. Dieses Skript hier legt beispielsweise meine Startparameter fest. Und dieser Skriptstrang hier drüben, der sorgt dafür, dass das Huhn läuft, also sich nach links oder rechts bewegt. Durch das Kommentieren der einzelnen Skripte kann ich also in meinem gesamten Programm einen besseren Überblick wahren. Als nächstes eröffne ich mit, wenn grüne Fahne angeklickt wird, ein weiteres Skript, in welchem ich programmiere, dass das Huhn einen Sprung machen kann. Das Huhn soll springen, wenn die Leertaste gedrückt wird. Ich nehme mir also ein, wiederhole fortlaufend und ein Fals dann und füge hier ein, wenn Leertaste gedrückt wird, ein. Für die Bewegung nach oben baue ich mir ein, wiederhole fünfmal, ändere Y um 16 zusammen. Also so. Dies bewirkt, dass sich das Huhn bei drückender Leertaste um insgesamt 80 Punkte nach oben bewegt. Allerdings bleibt es dort und fällt nicht wieder herunter. Beziehungsweise bewegt es sich immer weiter nach oben, wenn ich die Leertaste nochmal drücke. Deshalb brauchst du noch ein weiteres Skript, welches regelt, dass das Huhn nach einem Sprung auch wieder herunterfällt. Und das geht so. Du überprüfst nämlich die ganze Zeit, ob das Huhn den braunen Boden der Spielfläche berührt oder nicht. Über ein Fals nicht wird braune Farbe berührt, das du dir hierfür zusammenbastelst. Die braune Farbe bekommst du über die Pipettenfunktion. Wenn nämlich das Huhn die braune Farbe des Bodens nicht berührt, dann änderst du seine Y-Position. Und zwar verminderst du diese, indem du sie um minus 5 änderst. Und schon fällt das Huhn nach drückender Leertaste auch wieder herunter. Allerdings, wenn die Leertaste öfters hintereinander gedrückt wird, bewegt sich das Huhn ganz nach oben in den Himmel und das soll ja nicht so sein. Da müssen wir also noch ein paar Anpassungen vornehmen. Du musst einfach das Huhn nach Ausführen der Sprungbewegung so lange warten lassen, bis es wieder den braunen Fußboden berührt. Und das erreichst du über ein Warte-biss, welches du im Bereich Steuerung findest und hier unten an die fünffache Wiederholung der Sprungbewegung anbaust. Genauer gesagt, ein Warte-biss wird die braune Farbe des Bodens berührt. Und schon ist es so, dass wenn du nun das Huhn springen lässt, dieses den nächsten Sprung erst wieder machen kann, wenn es festen Boden unter den Füßen hat. Jetzt brauchen wir für diesen Sprung nur noch das passende Geräusch. Dieses findest du über den Reiter Klänge und über Klangwählen hier unten und über das Suchfeld, wo du dann Jump eintippst. Das nehme ich und füge es über ein Spieleklang-Jump direkt hier, nachdem die Leer-Taste gedrückt wurde, in mein Skript ein. Und schon läuft und springt das Huhn, so wie es sein soll, mit dem passenden gewünschten Geräusch. Was in diesem Video leider keinen Platz mehr hatte, ist der Bödenbildwechsel, wenn das Huhn den rechten Bildschirmrand erreicht. Aber kein Problem, das zeige ich dir dann einfach im nächsten Video. Also, bleib dran und bis gleich! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020